Du bist also Einheimischer. Früher. Jetzt nennen sie mich bloß noch Banderas. Du bist jetzt mein Banderas. Wer zur Hölle bist du? Major Sayenko. Du bist zurück. Es ist nicht auszuschließen, dass er einen Terroranschlag begeht. Schleien Sie ab! Sie werden denken, dass es die Ukrainer waren! Ein Separatist. Da wurde eine ihrer Männer umgebracht. Das ist Unsinn. Wenn er ihn angesehen hätte, hätte er sich doch verteidigt. Vielleicht könnte er sich aber auch nicht mehr wehren. Also ist der Mörder auch im Camp. Was soll das? Hältst du mich jetzt auch für einen Saboteur? Mola ist also nicht Chodok. Und Kutsuba auch. Und wer ist dann unser Saboteur? Kamerad, bitte fahrt nicht! Kamerad, bleibt hier! Wir müssen in Deckung. Verdammter Bercut, was willst du damit sagen? Was machst du genau? Meine Leute haben ihr Leben für die Ukraine geopfert. Ihr habt beim Mardan-Punch-Menschen gegeben. Halt deinen Haul! Wie immer alles in der Welt hast du das geschafft. Ich komme von hier. Untertitelung des ZDF, 2020